Das wird eine interessante Auseinandersetzung nächstes Jahr bei der Bundestagswahl werden. Wir haben jetzt gerade das Konzept von Frau Schwesig gehört. Da ist dann auch schon der größere mittelständische Betrieb, der zahlen muss, der jetzt gerade über die Krise gekommen ist. Ich kann für meine Partei nur eins sagen. Ich gebe eine politische Garantie ab. Mit der FDP in der Bundesregierung wird es keine Erhöhung der Einkommenssteuer oder der Lohnsteuer für die Pflegerinnen in der Altenpflegeeinrichtung geben, für den Facharbeiter, nicht für die Ingenieure, nicht für den Mittelstand und die Industrie. Eine einzige Ausnahme mache ich. Die Apples und die Amazons und die Googles, die auch durch die Pandemie massiv an Marktanteil gewonnen haben, bei denen sollten wir unverändert das Ziel weiterverfolgen, dass die ihren fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens zahlen.